Hallo zusammen, ich bin Safir aus der Schweiz. Ich bin 25 Jahre alt. Ich hatte Haarprobleme, bei denen ich aufgestanden bin. Ich hatte immer ein Problem. Ich habe immer Haare verloren. Vor fünf Jahren habe ich Haare verloren. Ich dachte, es kann so etwas nicht passieren. Dann habe ich gedacht, weil ein paar meiner Kollegen auf Istanbul Haare pflanzen gehen. Darum dachte ich, dass ich unbedingt hier nachschauen müsste. Das wäre hier auf Istanbul. Vor drei Jahren habe ich mich damals schlau gemacht. Dann habe ich immer Positives von den Leuten gehört. Dann habe ich selbst nachschauen. Dann habe ich eine gute Seite gefunden. Dann habe ich gedacht, ich muss auch mal hier hin. Mein Cousin ging auch hier hin. Er hat super Haare bekommen. Dann habe ich gedacht, das muss ich unbedingt machen. Dann habe ich mich hier schlau gemacht. Dann habe ich mich hier angemeldet. Dann habe ich eine Organisation bekommen. Und ich muss sagen, eine super Organisation. Das habe ich so etwas noch nie gesehen in Istanbul. Sehr fliegs, liebe Leute. Und preisgünstig. Und ja, ich kann Ihnen nur empfehlen, falls ihr auch Haare pflanzen möchtet, würde ich Ihnen sagen, Her auf Istanbul unbedingt suchen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Cheers. Das war's. Sins scared Untertitelung des ZDF, 2020